Wann wird die Rente im Monat November 2022 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Immer wieder eine der häufigsten Fragen, die uns erreichen zum Thema gesetzliche Rente. Wann bekomme ich denn nun meine Altersrente im November ausgezahlt? Ganz klar, am letzten Bankarbeitstag des Monat November, das ist der 30.11.2022, das ist ein, ich weiß gar nicht, ein Mittwoch. Und an diesem Mittwoch, dem 30.11.2022, bekommen Sie alle, die Ihre Rente nachschüssig erhalten, das heißt also immer am letzten oder im Monatsende gezahlt bekommen, immer am letzten Bankarbeitstag ausgezahlt. Alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente vorschüssig erhalten, bekommen auch am 30.11.2022 die Rente für Dezember schon ausgezahlt. Aufgepasst, in der Rentenzahlung ist die 300 Euro Energiepreispauschale nicht enthalten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Danke. Danke. Danke.